Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch zeigen, wie ihr den Deadpool Skin freischalten könnt. Wenn euch solche Videos gefallen und ihr auch nächste Woche die Challenges zum zweiten Stil von Deadpool nicht verpassen wollt, lasst gerne ein Abo da, dann helft ihr mir auch auf dem Weg zu den 500 Abonnenten. Ist ja nicht mehr lang, ein Abonnent fehlt zum Aufnahmezeitpunkt auch nur noch. Wenn ihr den Item Shop nochmal sehen wollt, dann checkt gerne das Video aus der Infokarte aus. Es kann sein, dass bei euch vielleicht die Animationen im Item Shop und die Challenges nicht verfügbar sind. So ist es auch bei mir. Epic Games will da versuchen, das zu fixen. Das heißt, ihr könnt die Challenges dann leider zur Zeit noch nicht machen, selbst wenn ihr wisst, wo die sind. Ich weiß, wo die sind und ich habe auch schon gesehen, dass es bei anderen Spielern funktioniert hat. Also dieser Raum hier hinten hat sich hier geupdatet. Und wenn ihr auf den Computer guckt, kann es sein, dass bei euch auch die Woche 7 Challenges tatsächlich nicht angezeigt werden. Auf jeden Fall müsst ihr, um die Challenges zu erledigen, einmal Deadpools Pistolen finden. Die eine befindet sich hier unter Muskelkater. Wahrscheinlich, weil eben halt vorher ja auf der Yacht Muskelkater selbst war und der Muskelkater Skin dann die mitgenommen hat. Deshalb befindet sich die eine Pistel da unter dem Fuß. Und die zweite Pistel befindet sich dann bei ihm im Raum und zwar hier bei den Handeln rechts. Dann als zweite Challenge müsst ihr noch einmal in eine ganz normale Runde reingehen und dort auf der Deadpool-Yacht euch in Deadpool oder in so einen Handlanger verwandeln. Weiß ich auch noch nicht ganz. Ich habe das schon mal probiert, aber man ist irgendwie immer noch in den normalen Handlangern. Ob das noch gefixt wird, weiß ich nicht. Scheint aber vieles zur Zeit tatsächlich verbackt zu sein. Auf jeden Fall müsst ihr tatsächlich nur eine von den Challenges abschließen und ihr bekommt schon den Deadpool-Skin. Ich glaube, für die zweite Challenge bekommt man gar nichts mehr. Wenn ihr einmal dann zusätzlich noch die Yacht besucht, bekommt ihr auch noch ein gratis Music-Pack. Also schaltet ihr damit einfach automatisch frei. Dafür müsst ihr auch nicht in die Umkleide da reingehen. Ihr müsst erlediglich einmal die Yacht besuchen. Zur Zeit scheint auch die Server wieder ein bisschen überlastet zu sein. Es ist relativ schwierig, in eine Warteschlange reinzukommen. Aber auf der Deadpool-Yacht müsst ihr auf jeden Fall einfach in so eine Umkleide-Kabine reingehen. Und dann habt ihr die Challenges für diese Woche abgeschlossen. Ich hoffe, es hat dieses Video gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Bewertet und teilt natürlich auch gerne das Video. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin. Ciao.